im hochseilgarten verrät jeder wie er tickt bin ich ein weichei oder ein tough cookie da bin ich jetzt selber mal gespannt da oben kann sich keiner verstellen sagt der burnout spezialist schön und nicht so mit den armen so verkrampft hier blickt er tief in die seele seiner patienten wie jetzt in meiner schön abstimmen ganz bei sich sein locker sie sollen schwingen wie durchs leben ganz locker leicht wie gehe ich durchs leben warum lässt mich die arbeit nicht mehr los wie bin ich ich lasse noch tiefer blicken hier oben frau roth sie stellen sich jetzt ein schönes ziel vor behalten das ganz für sich und machen dann den sprung ins leben okay das kann ich nicht doch loslassen immer mehr menschen gelingt das immer weniger sie arbeiten bis zum umfallen sie müssen ganz kurz die kontrolle aufgeben versuchen alles loszulassen sich lösen dann fliegen sie ganz weich 5 meter nur aber auch offenbar ein riesen sprung für mich ich habe das für einen reinen spaß gehalten und ich weiß nicht warum das so krass ist aber es wühlt einen total auf nicht jeder reagiert gleich auf denselben stress andere genießen was mir tränen in die augen treibt ich bin offenbar eher am limit was habe ich oben im hochsaal garten über mich verraten bin ich burn out gefährdet oder nicht ja sie sind sie können sie muss man sagen also burn out gefährdet ist zu weit gegriffen aber sie sind jemand der auf sich achten muss weil sie sehr ehrgeizig sind weil sie sehr anspruch an sich haben und burn out gefährdete sind menschen die anspruch an sich und die welt und die arbeit haben die sehr perfektionistisch sind und nicht die bedingungen dazu haben das heißt man könnte sagen gute menschen mit schlechten bedingungen warum landen immer mehr menschen in burn out kliniken wie der wollmars höhe am bodensee mehr als doppelt so viele wie vor 20 jahren psychische störungen dazu zählt auch burn out sind heute die hauptursache für stationäre behandlungen was ist los mit uns macht uns die arbeit krank oder was nach einer ersten antwort suche ich hier in dachau an einem ort an dem ich ganz sicher keine weicheier vermute leute ich bin jetzt in urlaub also diese ständige erreichbarkeit dass wir meinen jede e mail gleich beantworten zu müssen oder den auch noch anzurufen weil er die e mail nicht gleich beantwortet hat sie krachen in bosnien nicht zusammen aber dann in dem bürojob in berlin genau das ist es du willst deine arbeit gut machen und wisst ja natürlich auch nicht eingestehen das packst du nicht man sagt da weiß man sich jetzt mal durch mit preußischer disziplin und dann ist man in dem hamsterrad drin und wird immer schneller immer schneller sie selber haben es nicht gemerkt können es nicht sie selber können es nicht kontrollieren am pausenlosen tempo unserer zeit scheitern immer mehr von uns wer hilft mir wenn ich ausgebrannt bin eine unerwartet schwierige frage burnout ist offenbar kein beinbruch wenn die seele krank ist kann man es in deutschland mit einem gesundheitssystem zu tun kriegen das einen womöglich noch kränker macht erste hilfe suchen wir beim hausarzt doch bei burnout kann der nicht viel tun dafür fehlt meist die ausbildung und immer die zeit wenn ich wirklich heilen wollte würde ich gerne gesehen gesellschaft etwas verändern dann glaube ich wirklich dass ich die leute heilen könnte wenn es nicht zu vermessen ist was ich immer machen kann ist dass ich die leute anleiten kann sich wieder auf sich selber zu besinnen dass sie vorsichtig sein müssen mit den maßstäben die sie an sich legen und die gesellschaft an sie anlegt dass sie trotzdem leistungsträger sind fleißig